hallo hallo heute wird gezeigt rc pro m2 auf dem nes ein klassiker den ich noch nie zuvor gespielt habe zu meiner schande mal schauen das spiel ist aus den jahren 1992 und ist die fortsetzung natürlich vom ersten teil welche angeblich nicht viel anders ist außer anderer strecken wird sich vielleicht bei gelegenheit auch mal ausbilden so mein namen eingeben ok und es geht schon los vor 3d sogar mich schnell aufgesammelten ich habe keine ahnung was ist da hätte ich geld aussammeln kann aha die steuerung liegt mir eigentlich ganz kurz innen geld innen geld war innen geld das möchte ich haben schon weg und zweiter der erste rennen naja ok ja nur zweiter wer soll es aha besser hier vielleicht bessere reifen ich habe keine ok ich habe schon nicht gekauft ich habe Geld eingesammelt ausgerutscht alle Geldsäcke an allen Geldsäcken vorbei ja er hat ein Geldsäcke, was da wärst du? macht Laune macht Laune das muss ich nur herausfinden, wie ich mir etwas kaufe ich habe in das Select gedrückt ah ok das wäre wenn man zu Fiat spielen würde könnte da jeder sich was kaufen standard ganz klingt doch gut ich glaube ich habe es mir gekauft oder? ja ja Laser hier ist dann Laser ich will nicht geben Geld und so noch gibt es Motor Ich kann Geld Ähm, Raze Was solls Gibt es ein Leben, extra Leben da? Aaaaah Ich hab ein bisschen Geld eingesammelt, was solls Kann ich jetzt schon schießen, oder? Ah, okay, die muss ein End sammeln Yeah Ich glaub kann ich da schießen eigentlich Ich glaub kann ich da schießen Gib mir Geld Ah Ich bin letzter Das ist natürlich nicht so fein Ich würde mir das fahren konzentrieren und weniger auf Ah Hm, letzter Aber Geht ihr mir Geld bekommen durchs Abschießen, glaub ich Ah Ah Finde ich gut Finde ich sicher, ich glaub ich hab's jetzt mal im Gameball gespielt Äh Continue, weil ich letzter geworden bin Ja Ja Wieder Geld Ein besserer Motor kaufen Ist doch klar Oder Exit Raze Sein Motor kann mir kaum noch was passieren, oder? Ah Schießen Ah Mein Schießerein hab ich behalten Kann ich mich dann eigentlich abschießen? Wow Wow, was macht der? Ah Ah Der rote Baron schießt mich ab Ja Wo ist der erste bitte? Naja, jetzt warte die grafik ist für eine ist eigentlich voll okay ist nicht schon ganz gut wenn ich genug geld wo eine gescheite beschleunigung so büste mit jetzt liegt man sieht schon relativ wenig auf dem bildschirm muss man sagen was habe ich jetzt bekommen extra brauche jetzt in der letzten runde versage ich wieder das nicht sein die das das ja 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 bitte bitte da ja kontinuier bei unten Track 6 Das wird gelockt Und da Das ist ein bisschen Naja Ging halt vielleicht nicht viel besser Ich versuche mit Agas zu geben Ah, ist die Zeitung eingesammelt oder was? Was ist das? Ich mag die Steuerung Also das ist diese Ich kenne die ja ganz gut von Ähm Rock'n'Roll Racing Eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo Und das ist eigentlich ganz ähnlich Das ist eigentlich das identische Spiel Nur weniger Rock'n'Roll Ja, könnte man schon sagen Das ist eigentlich das identische Spiel Nur die Musik von Rock'n'Roll Racing war natürlich wesentlich cooler Und das Setting war natürlich auch wesentlich cool Ok, letzte Runde Letzte Runde und ich bin letzter, super Wie ist das denn Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ganz so gut angefangen Ah wieder letzter gut angefangen naja senior habe ich kein vielleicht aus dem hofer egal wo einmal geht noch auf den namen entgegen jetzt mal das war einfache jetzt weiß ich ja schon mit bgas geben schon mal was einiges gewonnen der geldsäcke verpasst da war innen der geldsack vorhin naja aber nicht erwischt da sind wir richtig den bildaufbau auf der seite ich muss uns kennt ich mal gut für die virtuell konsole vorstellen vierten der switch warum nicht auch zu erfahren nicht geld für reifen reifen nicht sind wir ein super start eigentlich ausprobieren wahrscheinlich gibt es den auch jetzt darf ich nicht vergessen muss außen auf schlägen streifen nach hier auch mal ganz gut es sein können ja haha noch mal erster ok so her mit meinen reifen super und und reis ja 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 nicht schlecht ich auch war jede menge geld eingesammelt hat das ab habe ich verloren das habe ich jetzt nicht erwischt das wäre natürlich ja fein gewesen ich habe das falsche auto geschaut wie kann denn das passieren unverständlich dass noch auch wenn kann ja vielleicht ja 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 wenn man auf das falsche auto schaut ja 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 james das n ja ja james n mud und ein gelb mehr ja er ist mir knapp die falsche taste immer will ich wieder gas geben wer ist einfach intuitiver was zu lösen mich jetzt ausrissen ja gehen doch mal ich gedacht ich kann dem ausweichen falsch gedacht erscheinungsstreifen sollten auf jeden fall immer wischen sind so viel wert na das nix der rote baron hat mich wieder gegrillt und die strecken man sieht schon werden komplizierter aber ich habe nicht geld ja fast mein gläser ich habe doch 1000 14.000 also dieses menü nicht so muss ich mehr zeit nehmen jetzt habe ich wohl ein superstart erwischt ja es gibt offensichtlich ein superstart wieso hat sie mich jetzt drüsten ah wenn ich zu facebook einfach trast mich ah wie sie hatten die zu also diese hügel erinnern mich an exit strikes die haben schon nein die verpasste beschleunigen gestrahl nach vielleicht schaffe ich es noch dritter weg immerhin ah wieder geld bekommen was nehmen wir denn da reifen kann ich mir dieses reifen nicht kaufen habe ich die etwa schon mutter aha Ja, kann man sich verstehen, wie die Motoren schlafen. Okay, haben wir mal das geholt. Guter Start, guter Start, guter Start. Puh, das war ja heftig. Was war das? Wow. Oh, Glück, 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 Glück mit der Beschleunigung. Ah. Ah. Es braucht echt einiges an Konzentrations. Ich hab nicht. Wow. Erster. Sehr fern. Sehr fern. Buchi. Kann gar nicht viel sprechen, weil es echt viel Konzentration kostet. Tut mir leid. So, was haben wir da jetzt? Noch bessere Reifen hätte ich gern. Reifen sind wie... Zuteuer. Zuteuer. Jetzt durchschau ich hier auf das Menü ein bisschen. Den habe ich ja schon. Andere ist zu teuer. Zuteuer. 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 Schon, ja. Gut, nächstes rennen. Race. Da rum. Gut. Äh, hä? Weißt du? Ich dachte, ich muss nach rechts fahren. So, dann. Also, gestern habe ich ja Bloom Fight gespielt. Und, dann finde ich das doch, da ist das schon vielmehr meins... ja klar bloß weit weit auch kein schlechtes spiel aber das ist schon um länger besser gas nein 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 das war schade das habe ich versammelt ich habe noch ein kontinuier und ich habe noch ein bisschen geld zum ausgeben ja das ist natürlich spitze da und mit neuen motor gleich ins gefecht bestand jetzt schon wieder der da hat nicht geben wie kann man den denen kommen bitte gemästert kann ich denn die jemals einholen was sind denn die bitte warum haben wir anders alle überlebt das gibt es noch nicht heute habe ich endlich gesehen als mich blöden reifen hoffen ich sehe schon das ist mein ende jetzt so gut noch gefahren nein schon wieder in der kurve schade 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 keine kontinuierse mehr gut das war es mit r3 pro 1 2 auf dem nes hat mir spaß gemacht vielleicht spiele ich das wieder mal beziehungsweise vielleicht kommt ja auch mal auf die virtuell konsole auf der switch dann ziehe ich es mir auf jeden fall noch mal rein ja ich hoffe es hat euch auch spaß gemacht dranbleiben beim nächsten mal gibt es wieder ein nesg welches weiß ich noch nicht das entscheide ich ganz kurzfristig dann wenn es euch gefallen hat daumen hoch und abonnieren ciao leute baba 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 d Untertitelung des ZDF, 2020